Also auf jeden Fall wäre es anders verlaufen. Es ist immer meistens so, dass das anders verläuft. Aber ich denke mir, wenn wir einfach von Anfang an konzentrierter gewesen wären, gleich die Ordnung gefunden hätten und nicht angefangen hätten, die ganze Zeit nur rumzumeckern und gegeneinander zu sein in der Mannschaft, dann wäre das auch ganz anders gelaufen. Die waren nicht schlecht, die waren stark, läuferisch gut, aber wir hätten die spielerisch hier platt gemacht, wenn wir von Anfang an wach gewesen wären und uns nicht hier angemacht hätten. Da haben wir alles gut gelaufen. Wir wollten das Spiel von vornherein pressen. Wir wussten, dass sie stark sind, Teutonia 05. Die haben ja 2-1 gegen Sternstranz gewonnen und wir haben durch das schnelle Tor, haben wir sie so ein bisschen durcheinander gewürfelt. In der ersten Halbzeit haben wir dann nochmal das 2-0 nachgelegt. Nach der Halbzeit gleich, an der 47. haben wir sogar noch das 3-0 gemacht. So konnten wir dann ein bisschen befreiter aufspielen. Ja, wir haben uns vorgenommen, aber natürlich kurz nach der Halbzeit kriegen wir das dritte Tor und dann ist da natürlich wieder so ein Knick entstanden. Hat man auch gemerkt. Wir haben natürlich bis zum Schluss gekämpft, haben alles versucht, aber wir haben keine Mittel gefunden. Wir waren nicht, keine Ahnung, wir wollten einfach nicht. Sonntag geht das gegen Sternstranz hier und wir werden uns jetzt schön regenerieren, am Freitag nochmal ein lockeres Training ansetzen und dann hoffen wir, dass wir Sonntag drei Punkte oder einen Punkt zumindest mitnehmen wollen. Also wir wollen natürlich drei, ist klar, sonst würden wir da nicht hinfahren, aber ich glaube, wir werden das auch viel kriegen. Was ist jetzt passiert, ist natürlich ärgerlich so kurz nach dem Spiel. Also ich bin auch völlig geladen, aber wir haben ein Ziel, wir wollen aufsteigen. Wir stehen jetzt nicht so schlecht da, wir haben einen Sieg, eine Niederlage und wir müssen einfach das nächste Spiel gewinnen, was anderes gibt es nicht. Wir müssen das einfach jetzt erstmal sacken lassen, aber das einfach abhaken und dann auf das nächste Spiel konzentrieren. So einfach ist das. Dann müssen wir die weghauen.